Guten Morgen Leute, ich bin jetzt mein Kiefer zu wangen. Ich hoffe, ich kann heute gut fangen, weil es für heute nicht schön ist. Aber bis gleich Leute, tschau! Ihr habt das? Ich habe das. Vielen Dank. Das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. Danke schön. Danke schön. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Manchmal auch gut gebissen, manchmal auch ganz schlecht, heute kann ich nicht sagen. Das verstehe ich auch nicht. Manchmal sehr gut, manchmal schlecht, aber heute wird gut gebissen. Dann kann man die Füße säen. Manchmal hat viele Leute fit gefangen und viele Leute hat kein Glück gefangen. Heute ist es anders. Gestern hat es viel Wind, heute. Mein Gott, ich gehe auch morgen lang und ich hoffe, kann ich besser als heute. Aber heute ist es okay von mir. Ich habe fünf Stück und alle Lachsforelle und alle schöne Lachsforelle. Moos, ne? Die Füße ist richtig schön und er gibt auch heute große Lachsforelle. Drei Kilo Stück. Er gibt drei Stück heute für große Lachsforelle. Aber ich habe nur einmal ein bisschen. Und dann, die große haben nicht richtig von mir genommen. und dann nachmeldet meine Füße. Und dann nachmeldet meine Füße. Die Füße hat die Füße gefangen, die große. Zwei Stück gefangen. Er hat sehr glücklich heute. Ich habe keine drei Kilo gefangen heute. Nur normale Lachsforelle. Aber morgen vielleicht. Ich habe heute fünf Stück. Und mein Video heute, ich lege sie kurz, ne? Mut muss mir leid. Ich kann nicht alles zeigen, was ich angeln. Weil die Füße hat sofort genommen. Und danach, muss ich immer zeigen. Dann muss man machen. Die muss man machen. Denn die Füße ist schon leer. Ich möchte auch mit haben, ne? Von meinem Video, ne? Ich möchte viele zeigen. Aber nächstes Mal, mag ich keine Mitten. Und danach kann ich euch viele zeigen. Was habe ich gemacht? Was mache ich? Jetzt im Sommer. Kann ich viele zeigen. Weil die Füße dann oben was sagt. Kann man sehen. Aber kann ich sagen, heute viele Füße überall. Genau, bis zum Morgen. Ja, bis zum Morgen. Gekommen wir. Bis zum nächsten Mal. Gekommen wir, die Füße. Gekommen wir so. Ich hoffe, morgen die Füße besser. Gekommen. Und jetzt. Jetzt zack. れ Oi Tag. Gehen ich auch inne. Schlitter Sekte. Gehen ich auch so machen. das ist der Nescaf 1 binh hoi der See Mühlen 1 binh hoi der See 1 binh hoi der See ich kann ich habe heute vier Uhr ausstehen ganz süß und morgen auch muss vier Uhr ausstehen so Leute, nicht gleich, ich mache weiter sauber Hallo noch einmal Leute, ich bin jetzt zu Hause, ich habe heute fünf Stück gefangen leider heute, ich kann nicht so viel gefangen, weil die Füße kam oben Wasser ich kann nicht werfen, tut mir leid, ich mache was ich kann heute und die Füße auch ganz schlecht genommen, aber ist genug von mir heute heute nicht so viele Leute, heute hat nur zehn Leute den ganzen Teich und ich habe fünf Stück nur Lachse gefangen und ich hoffe euch hat Spaß mit meinem Video heute ist ein bisschen laut, ich weiß ja nicht was ist passiert heute vielleicht hat die Sonne und viele Leute draußen in Karten oder was weiß ich nicht aber ich hoffe euch hat heute viel Spaß mit meinem Video es tut mir leid, heute kann ich nicht so viele Videos zeigen ich muss mich feststellen Leute, wenn euch hat mein Video gefällt bitte Finger hoch und alles Gute, bleibt gesund ich gehe morgen auch angeln vielleicht morgen kann ich besser fangen Leute schöner Feiertag und bis morgen früh okay